Was ist die Fahrregeln auf der Oste? Gut, hallo Leute. Ich soll euch heute eben wissen, was ich über unser Boot und über Fahrregeln auf der Oste erzähle. Das Wichtigste ist erstmal, jeder der mit dem Boot mitkommt, hat eine von diesen Schwimmwesten anzulegen, damit der Pfalzer ins Wasser fährt, sicher ist. Dann ist ganz wichtig, zu den Fahrregeln gibt es die Seelsschöpferd-Straßenordnung und die Kollisionsverhütungsregel. In diesem kleinen Buch steht das alles drin, zum Nachlesen, wer das gerne mal nachlesen möchte. Wichtig ist, dass auf dem Wasser sich jeder so verhält, dass kein anderer belästigt oder behindert wird. Das steht in der Seelsschöpferd-Straßenordnung. Des Weiteren ist wichtig, dass man ähnlich wie im Straßenverkehr immer rechts fahren muss. Und auf der Oste gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung, da darf man maximal 12 Kilometer die Stunde fahren, hier in unserem Bereich. Dann gibt es auf dem Wasser Verkehrszeichen, ähnlich wie auf der Straße. Da gibt es einmal die Begrenzungstonnen, rote und grüne Tonnen am Fahrwasserrand. Und es gibt Tonnen, die eine Untiefe darstellen. Die haben ein Kardinalzeichen drauf, da kann man dann anhand dieses Kardinalzeichens sehen, wo die untiefe Tonne ist. Jedes Schiff hat Beleuchtung, da sieht man auf dieser Seite hier eine rote Lampe. An der linken Seite, das ist die Backbordseite. Auf der anderen Seite, der Steuerbordseite, ist eine grüne Lampe. Und dann ist oben drauf ein Toplicht, das strahlt nach vorne und nach hinten strahlt ein Hecklicht. Diese Lampen sind einzuschalten zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Fahren darf dieses Fahrzeug jeder, der einen entsprechenden Sportbootführerschein hat. Auf einem Seegewässer ein Sportbootführerschein See und auf einem Bindengewässer eben den entsprechenden Binnenschein. Bevor man losfährt mit so einem Boot, muss festgelegt werden, wer der Verantwortliche ist. Das muss nicht immer der sein, der am Steuer sitzt. Da kann auch jemand sitzen, der keinen Führerschein hat. Deshalb muss man vorher entscheiden, wer die Verantwortung trägt. Das muss man sagen, wer die Verantwortung trägt. Da kann auch jemand sein, wer die Verantwortung trägt. Vielen Dank.